Ach du... Überraschung. Nein, nein, nein. Travis, du hast Nakai-sans Wagen geklaut? Du wolltest doch eine perfekte, makellose Karosserie. Hier ist sie. Das ist sein Wagen! Hey, hey, ich bin kein Dieb. Nach deinen Fotos hat Nakai mich angerufen. Er ist neugierig und ich werde ihn überzeugen zu kommen. Aber vorher... drehst du eine Runde mit seinem Meisterwerk. Erst studiert man das Bild, dann trifft man den Maler. Ja, ganz richtig gehört. Du nimmst Nakais Karo und findest heraus, was so toll daran ist. Ich wusste nicht, dass du ihn kennst, Travis. Nakai, Obama, den Dalai Lama. Ihr wart gut, Jungs. Aber das ist die nächste Stufe. Nur wer das Meisterwerk kennt, ist kein Lehrling mehr. Na los, fahr in und lern. Ich zuerst, Mann. Wir sehen uns draußen, okay? Sieg zu, dass du schneller bist.